Soll ich den leeren Kanister brauche? Weiß ich immer noch nicht genau. Soll ich den mit Wasser füllen? Ich brauche mal eine Schlagwaffe. Keine Schusswaffen. Wo ist meine Axt jetzt? Da. Oh ja, der sieht mich und hört mich natürlich. Wo ist die Pistole? Ja, frei Bodenplatte. Achso, das war nicht schlimm. Oh, was ist passiert jetzt? Irgendwie ein Schwachsinn im Hintergrund liegen. Was ist passiert? Also. Oh, was unten? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Warte mal. Ach, vielleicht sollte ich mal die andere nehmen. Irgendwie ein Tase voll. Wie viele Dinger kann ich denn maximal stacken? 20? Guck, du schnauze da rein. Wie ist das? Ach Gott. Mann. Mach ihn doch kaputt, Mann. Oh Gott. Mach doch keine Scheiße hier. Idiotenfotze, Alter. Komm. Fick dich. Achso, jetzt ist er tot. Was ist denn jetzt kaputt? Achso, ich bin kurz vorm Abnippeln. Sehr gut. Ne, was will ich denn damit? Fick dir. Ach, hab schon wieder so eine Kacke dabei. Was ist denn das hier? Nehmen. Rezept. Brandpfeile. Okay. Ist irgendwas? Guck mal. Ich will erst hier rein. Das ist da hinten. Ach, guck mal. Das ist ihre dumme Tochter. Kommt die denn da rein? Wat? Ach, Kotflügel. Ich hab mich schon irgendwie verlesen. Kotflügel. Ha, ha, ha. Warum? Wozu? Wozu bräuchte Kotflügel, hm? Sind das nicht Autoteile oder so? Ich hab keine Ahnung. Ich kenn mich mit Autos nicht Autos. Ich fahr keine Autos. Mom? Ist das du? Wer bist du? Ich bin der böse Mann, der dich jetzt mit nach Hause nimmt. Wat? Nein. Oh, Level Up. Ich weiß schon wieder nicht, was ich nehmen soll. Schildboost herzustellen. Leck mich. Schildboost. Hehehe. Äh, mnö, 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 mnö. Ich nehm lieber den da. Ein Seil? Ich fass es nicht, Ein Seil. Alter, wie viel Scheiße ich hier sammeln kann in dem Spiel, ne? Generell ein Fall von Inventar voll und so was und so weiß ich auch gar nicht wie ich hier jetzt vorankomme. Wie sieht es denn aus auf dem Map so? Da oben ist ihre dumme Tochter. Da unten bin ich. Da oben ist noch irgendwas anderes. Da muss ich auch da lang gehen. Achso, hab ich. Was ist denn hier eigentlich im Durst und so was? Oh Gott, ich hab Angst, dass ich hier irgendwas finde, was ich nicht sehen will. Da komm schon sicher rein. Oh mein Schnauze. Na komm, na komm, auf die Fresse. Was war das? Schrauben. Gibt es noch bessere Munition? Ja komm, halt die Schnauze, Mann. Jetzt lass mich in Ruhe. Das ist noch was. Ich bin ganz nett. Oh mein Gott, das ist voll. Wow. Hm, 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 hm. Ich glaube im entlasten sie immer zuhören, oder? Alter, jetzt kommen die weg So Wo muss ich denn mitnehmen? Hm Da ist ein Haus, oh das ist sehr gut Da müssen diese Idioten loswerden Die Falle sind stärker als das andere, oder? Bin ich schon jetzt irgendwie durcheinander Hey, eine Taube! Ach nee, das ist keine Taube Das ist eine Nebo-Taube So, zack Ich weiß auch nicht, wann der jetzt speichert, nicht dass er hier die ganze Zeit nicht speichert Das wäre doch irgendwie scheiße und so, ne? Ah Alter, ich nehme mir die Schlag-Scheiße hier Bissin net Ich sollte mal nicht so katt in der Gegend, ja nicht Ich sollte mal gleich ganz geschmeidig zu meinem Haus laufen Was ist das denn? Das ist wie so ein Kriechkrabbe oder irgendwas Ist das denn? Nein, lass mich doch nicht ruhig gehen Du auch Oh Ein Büchlein Oder so ein Zickle Zickle Was sagst du mir? Gasmaske Ich hab gar keine Gasmaske gesehen, aber... Wo bin ich denn jetzt hier? Irgendwo, wo es nicht gut ist. Irgendwo, wo es sehr schlecht ist. Ach, ich weiß, wo ich bin. In meinem Haus. Das Elch! Du Elch! Alter, jetzt geh kaputt, Mann. Du auch. Ich hab hier übrigens irgendwelchen Scheiß mit. Ich hab grad nicht so gebraucht, Mann. Wie das hier und das hier. Hm, Flasche Wasser kann ich gleich mal ein bisschen auffüllen. Dann geh ich gleich mal ein bisschen an. Wunderschöner, neuer Tag. Spring, Junge. Ich brauch das... ... der da zu ist. Äh, so. Äh, so. Kann ich die Dinger hier... ...denne Scheiß zusammenfüllen? Da russle Monade. Wo ist denn das Elchi? Elchi, derchi bleibt mir schon geschmeidig hier. Wunderschöner lang. Wunderschöner lang. Ah. Ach, das blödes Scheißviech. Äh, da ist er doch schon wieder. Alter, läuft der hier die ganze Zeit nur eine Runde? Ich bin ein Elchi. Ich bin doof. Ich bin ein Elchi. Ich bin doof. So, und was war das andere hier? Fleisch. Fleisch. Hm? Was war das denn? Wieso hat denn das jetzt weggeschmissen? Ah, okay. Ach, ich weiß, was das ist. Das kann man als Köder benutzen. Das wundert mich grad ja. Hahaha. Lustig. So, ich wollte mal im Zug laufen nach, äh... ... zum Meer. Weil ich wollte doch mal eben Fische fangen. Uäh, 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 uäh. Hm, da sind die Knochen wieder. Kommen die Teile wieder nach der Zeit? Nein, ich bin mir etwas verwirrt. Ich hab da mal Schnauze drauf. So. Hm, das hat fast keine Pfeile mehr. Ich fass es nicht. Ne? Ne. Schmaß nicht. Die Kacke. Jetzt wollte ich eigentlich nur mal angeln. Ganz geschmeidig in Ruhe. Angeln. Ich brauche einen Fisch. Los, komm Fisch, ein Angeln. Nix Fisch? Ah scheiße, keine Fische. Was ist das? Kann ich das essen? Ich glaube das sollte ich nicht essen. Ich stehe die Flaschur. Ey was willst du? Was willst du tun? Ich brauche Fisch. Los Fisch, mach den Angeln. Gut ja? Los, zack Fisch. Ich habe Platz für Fisch. Platz ist genug Fisch, komm Fisch. Ich könnte diese Dinger da rein reißen. Hey, kann ich überhaupt hier irgendwie Reifen mitnehmen? Überall Reifen nur hier irgendwo und so. Ich kann sie nicht nehmen. Oh, fischig. Ich kriege einen Fogel. Hehehe. Wehe! Was? So, wozu brauche ich den Fogel jetzt? Ich habe eine Idee. So, andere Pfeile. So, ich brauche jetzt eigentlich, würde ich gerne mal einen Fisch fangen. Wenn das möglich wäre. das gelieft hast, dann aber das kleines Erachtungsgerätавchen. Ich brauche das zu machen, Ich brauche es immer schon mal wie einfach. Vielen Dank.